Beim Laufstegfinale waren vier Eigenschaften gefragt. Schön, charmant, schlagfertig und gepflegt. Eine Fachjury verteilte die Noten. Beatstar Barry Gibb stimmte Richter und Kandidaten auf weiche Welle ein. Die Wahl zwischen den Teens fiel kurz vor Mitternacht. Die 17-jährige Elisabeth Kruk aus Oslo, Ballettschülerin, 94 Pfund schwer, brauner Augen, ergattete das Siegerkrönchen. Die neue Teamprinzessin hat, wie ihre Mitbewerberinnen, bürgerliche Ideale. Heirat, viele Kinder, einen sportlichen und gut aussehenden Mann.